Bereit machen. Auf Villusha gibt es ein Dorf, das schon seit drei Evakuierungen keine Optionen mehr hat. Die Zivilisten sind weg. Die versteckten Medikamente nicht. Und die Separatisten wollen sie haben. Wir brauchen diese Medikamente. Also hört erst auf zu schießen, wenn dieser Dreadnought Geschichte ist. Und jetzt, bewegt euch. Wir müssen auf dieses Schiff der Separatisten, Jungs. Das geht aber erst, wenn wir diese Kommandoposten erobert haben. An die Arbeit! Wir haben Kommandoposten Aurek erobert. Die Zivilisten sind weg. Wir erobern Kommandoposten dort. Wir haben Kommandoposten. Wir haben Kommandoposten. Das war's für heute. Vorrücken! Ich töne mich! Zum Einsatzziel vorrücken! Meister Yoda ist hier, um uns zu unterstützen! Schützt das Einsatzziel! Farnung aktiviert! Wir übernehmen Kommandoposten erst! Es gibt keine Todes, es gibt nur die Mahre! Der Count hat sich gerade den Klappergestellen angeschlossen! Das war's für heute! Das war's für heute! Ich leiste Feuerschutz! Bosk ist hier! Vorsicht! Das Maul ist hier! Konzentriert euch! Wie ich sehe, macht ihr sowas nicht zum ersten Mal! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! Ich bin ein Mann! Was ist das? Unsere Trüten bei Kommandoposten Bash wurden aufgerieben. Aufgepasst! Wir sichern Kommandoposten dort. Darth Maul ist hier! Ich gebe euch Deckung, Brüder! Wir kontrollieren fast das gesamte Schlachtfeld. Wir sind hier! Feuerschutz, los! Kommandoposten ist hier! Ja! Ich habe noch nie so verängstigte Metallgesichter gesehen. Irgendwas müsst ihr richtig machen. Ich habe noch nie so verängstigte Metallgesichter gesehen. Schöne feindliche Anzeichen! Ich leiste Feuerschutz! Tschüss! Kommandoposten ist hier zuителей strikt. Ich habe zu У засER the actualen die Anlage! Wir haben so sehr viel Angst. Erfasse Druiden! Einsatzstil attackiert! Granate auf dem Weg! Achtung! Kenobi ist hier, um uns zu unterstützen! Fürchte Torf! Frau Überniss, die Kontrolle über Kommandokosten Dorn! Angelegen! Kaffee! 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 Verzeichnet werden. Alles klar, Jungs. Das Hauptquartier hat uns TFATs für einen Angriff auf den Dreadnought geschickt. Untertitelung des ZDF, 2020